Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Mindsales. Heute sind wir wieder auf Hypixel. Spielen natürlich ein bisschen Bad Wars Duo. Ein oder zwei Runden war ich noch nicht. Ja dann fangen wir jetzt mal an. Dann sehen wir uns gleich wieder wenn die Runde angefangen hat. Bis gleich. Und die Runde hat angefangen. Ähm, bin ich aqua-, ja, mein, danke, Teampartner, Direkt Disconnect. Danke dafür schonmal. Das ist nicht gut. Ich werd jetzt so hart verlieren die Runde. Ich brauch einen Teampartner. Bin da drauf angewiesen. Ähm, Freunde, falls ihr noch nicht gemerkt habt, ich spiel gerade mit Labymod natürlich wieder. Ähm, ich find's eine sehr coole Mod. Für jeden Server natürlich. Und, ja, ich werd sie in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt sie gerne mal abchecken. Wisst ihr aber nicht natürlich. Ja, dann hab ich das Bett grad eingeb... Das muss man nicht beachten. Der ist gebrieselig blütscht. Äh, reden. Ich muss höher. Ganz höher. Oh! Und, das geht hoch. Achso, jetzt sind ja zwei. Och, ne, es leckt bei mir wieder. Ja. TNT! Nein! Ich werd nicht kriegen. Hat's irgendein... Hat beide runtergenockt, oder? Hat... Ne, es hat nur einen runtergenockt. Okay, aber es hat niemanden... Oh, man. Warum? Ne, ich werd jetzt nicht sterben. Ich werd... Ich will jetzt nicht sterben. Mein Bett ist jetzt... Geh weg! Fischgesicht. Ja, komm, komm. Geh da rein. Nein! Weiß wie... Nee! Bett sie... Komm, ging ein, hab ich vielleicht noch ne Chance. Denk nicht, dass du das darfst. Der will ich in die Void... In die Nock voiden. Das wirst du nicht schaffen. Ach. Ich werd vor ihm in die Void springen. Was?! Hä, wie hat er mich getroffen?! So, war das Auto... äh, Weech? Weil, wie hat er mich da getroffen? Naja, egal. Nächste Runde. Und die Runde hat angefangen. Ja, ich hab diesmal einen... Teampartner sogar. Und Freunde, falls ihr noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Oder ein Like da lassen. Es würde mich sehr freuen, da wir gestern ja die 10 Abonnenten erreicht haben. Ja. Und... Was machst du da? Na egal. Russian! Okay, ich bin jetzt... ähm, ausgerüstet und werd jetzt Russian. Da mein... Ja. Mann! Warum immer ich... Immer krieg ich diese Teampartner, die immer disconnecten. Wirklich? Das hab ich doch nicht verdient, oder? Okay, ich hab... ähm, Freunde, schreibt doch gerne dann in die Kommentare... ähm, welchen Server ich mal besuchen soll. Weil es würde mich gerne interessieren. Äh, ja, sehr interessieren. Ähm, was ihr da mal gucken wollt. Oder schreibt doch in die Kommentare mit... Ja! Schreibt in die Kommentare... Ja! Wenn ihr wollt, ich mal auf... Skyblock was aufnehme. Hab ich ja schon mal. Ich liebe es so hart, wenn... Ne... Okay. Ich mag sie in die Leertaste nicht reagiert. Ist echt schön. Und nett. Wirklich, warum? Wirklich, warum? Warum? Warum hat sie nicht reagiert, die Leertaste? Unfä... Ja! Okay. Zu viele Blöcke gekauft? Hab ich nicht. Niemals. Ach... Ach... Okay. Angrill... Die hast du nämlich einfach so ausputzt mit. Natürlich. Ist der gerade ein bisschen gegordridged? Bitte nicht. Bitte sag nein. Oh, blöd. Komm! Nein, ich bin so tot. Nein! Ich bin durch TNT gestorben! Mann! Ah, die müssen jetzt alles halt neu kaufen. Wahrscheinlich bauen die jetzt erstmal Wolle ein. Ich könnte ja dann nur einen Feuerball drauf jagen. Hm... Ich weiß ja noch nicht. Okay, ich hab jetzt zwar keinen TNT, aber... Feuerball! Ich muss doch die haben mit Wolle eingebaut. Traumball, dann ist halt so klar, dass die wir jetzt wieder mit Wolle einbauen. Also, die haben das meiste bedeckt. Hoch, 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 hoch! Ich nehm den TNT mit. Warum? So unfair, Mann. Passiert immer mir natürlich. Oh, Mann! Okay. Äh, ich hoffe, es ist genug Gold da drinnen. Oder ich kann das machen. Geh weg! Hab ich angepustet. Ich bin so doof. Ich bin so doof! Nein, nein, nein! Nein! Was? Mann, hab ich Hacker in der Runde? Wirklich? Frage der Fragen. Hab ich einen Hacker in der Runde gehabt wieder? Also, sah so aus. Wollen die da mit Obi ein? Hohohohoho! Oha, Obi! Ach, der hatte da einen Obi misplaced. Das hatte ich gesehen. Der hat es abgebaut. Ähm, ja. Dann... Dann, Leute, werde ich jetzt mal kurz auf Skyblock gehen. Dann kann ich euch noch mal kurz die Insel zeigen. Und dann könnt ihr beurteilen, ob ihr wollt. Da ich mal auf Skyblock aufnehme. Auf der Insel. Kaktus-Farm? Ja, weiß nicht. Ähm, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir auf Skyblock sind. Bis gleich! Okay! Ähm, wir sind hier gerade angekommen auf Skyblock. Auf der Insel natürlich. Ähm, hier ist der AFK-Brunnen. Lecker! Hier ist die Kaktus-Farm. Die mächtige Kaktus-Farm! Ähm, ich finde sie eigentlich sehr cool. Hier bauen wir noch weiter dran. Ich zeig euch mal so alles, was hier in den Kisten ist. Okay. So, mal gucken, was hier so alles kommt dran. Wow, wow, wow. Das hat sich überall verdoppelt. Oh, gut, da werden wir viel Geld machen. Irgendwann viel Geld machen. Natürlich. Ähm, wir sind Collection 2 sogar oder 3, weiß nicht. Das ist bisher die Insel. Also, einziges, was ich bisher gebaut habe, ist hier mit dem Drake-Mandy-Farm. Blue-Draptor natürlich auch. Und ich finde, hier, dieser kurze Parcours, da halte ich gerade den Rekord. 6 Sekunden und 583 Millisekunden. Hier, das geht doch immer weiter. Hier ist der Parcours von Drake-Man. Ähm, ich weiß nicht, wer das alles ist, aber egal. Hier, da sind noch keins. Aber Blue-Draptor hat das einmal geschafft, den Parcours, und dann hat der Drake-Man alles resettet. Eigentlich voll witzig. Und hier ist alles die Skyblock-Insel. Das haben Blue und Drake-Man bisher alles so gebaut. Finde ich eigentlich sehr schön und so. Ähm, boah, jemand bohrt gerade bei mir. Oh, Nachbarn. Egal, ähm. Ja, Kisten. Da ist noch alles was drinne. Ja. Sieht mit dem Tech-Pack eigentlich nicht so gut aus, finde ich. Ja. Okay. Das ist alles noch in den Kisten. Sehr froh, das brauchen wir auch für die, ähm, Zäune. Ja, das war die Insel. Das meine Rüstung, also das, ähm, Blue-Raptors persönliche Rüstung. Meine Rüstung, die er mir gekauft hat mit Drake-Man ist das. Die Mythic Holy Dragon. Die Farmer-Boot sogar nicht dazu. Macht mich nur schneller. Das sind die Schuhe. Well. Requires Combat-Skill 16. Was? Catacombs. Wow. Okay. Interessant. Ähm. Page One selected. Look. Naja, egal. Ähm. Ähm. Ja, das war eigentlich die ganze Skyblock-Insel. Ähm. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es dann wollt. Ob ich mal hier aufnehmen soll. Oder dann hier bauen natürlich soll. Ähm. Weiterbauen an der Krippe fahren. Das war's dann heute mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Vergesst auch nicht in die Kommentare was reinzuschreiben. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ja. Das war mein Sets. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao. Get away from my house. Trying to take control now.